So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder mal ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und zwar gibt es ein neues Pokémon aus der sechsten Generation. Ein regionales, unsere Feier vom Carlos Event. Unsere Feier der sechsten Generation. Wollen wir euch das Regionale besorgen und wollen fünf Klavion verlosen. Ich war gerade einkaufen. Man sieht das hier noch. Bei Pupsi ist er immer noch krank, deswegen habe ich hier Pudding und Bananen geholt. Ist bestimmt eh wieder falsch. Kurze Hose am Start, Pfand abgegeben, alles super. Ordnungsamt getroffen, sehr nette Leute, muss ich sagen. Noch jemand anderes getroffen, nicht sehr nette Leute, muss ich auch dazu sagen. Was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Erstmal Pfand wegbringen, wenn ihr welchen habt. Nicht, dass bei euch noch welche rumliegt zu Hause, dann dürft ihr nämlich nicht mitmachen. Nein, aber ihr irgendwelche Assis labern scheiße. Okay, kein Problem. Was ihr dafür tun müsst, ihr wisst, die Auflösung ist auf jeden Fall wieder am Montag. Montag 20 Uhr bei Chill mit Ramses Livestream. Also 20 Uhr geht es los, 21 Uhr ist dann die Auflösung. Und ihr müsst einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben mit dem Hashtag Klavion. Weil das heißt ja so. Bitte das C groß schreiben. Einfach normal, wie das heißt. Kein Problem. Und dann schreibt ihr euren Trainer-Namen und euren Trainer-Code noch mit rein. Dass man euch besser zuordnen kann. Und weil viele immer Freunde suchen, so könnt ihr euch auch gegenseitig ätten. Und eine kleine Angabe, ob ihr das Pokémon noch braucht. Wie ihr das Pokémon findet. Oder was ihr gerne noch für regionale, gerne in der Verlosung mal hättet. Gerade für zukünftige Gewinnspiele. Dass wir da vielleicht was mit reinnehmen können. Wir hatten ja auch schon Scaraborn, Pachirisu, solche Sachen. Tropios irgendwie. Was wünscht ihr euch noch? Biso fangen wir auch schon dran. Wir können gerne auch nochmal eins wiederholen. Also ist nicht kompliziert. Einfach Kommentar schreiben unter dieses Video. Und unter denen, die hier schreiben, wird das dann alles ausgelost. Am Montag. Ab 20 Uhr das Stream. Ab 21 Uhr dann die Verlosung. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis dahin. 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 Bis dahin.